Gut, jetzt haben wir das aber schon mal super geschafft. Passt auf Jungs, jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetrunkten ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Hm. Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verheugt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private übernehmen Sie. Gut, okay. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Das sieht doch schon aus wie eine wandelnde Leiche. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir haben uns nicht mehr. So, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Ein Altwender. Bis vierzehnen. Ausatmen. Bis vierzehnen. Das war's. Okay. Also macht euch bereit, Leute. So. Aber wo? Darauf muss erst mal jemand kommen. Ich bin in dieser Position. Was? Ja, ich komme ja noch hinterher, war. Na, kommt noch was? Ja, mein Zeit brennt aber auch gleich, war? Oh Gott. Okay. Was passiert jetzt? Ja, aber wohin? Meine Fresse hat, der hat ja was ausgehalten. Wow. Den habe ich gar nicht gesehen, zum Beispiel. Lass mich bitte noch ein bisschen was aufnehmen hier. Wow, ich bin der Rest sogar noch das Altgold hier. Na? Wow, ohne Kopf. Na lecker. Das Spiel ist ab 18 Uhr. Super, dann wollen wir aber weiter, wa? So. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ich weiß es nicht, aber ich folge einmal meine Spuren hier. Oh Gott, da war noch ein Hund. So. So, da. Da ist auch noch einer. Nehmen wir natürlich auch alles mit. So, ich bin am längeren Hebel. Oh, da ist jemand. Hallo. Hallo. Oh Gott, da ist jemand. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Super Gut, hier muss ich nicht lang. Äh, von wo bin ich nicht beschossen? Mal gucken, von wo kommt das denn jetzt hier? Sind das meine? Ja. Da. Okay. Da kann ich nicht durch. Da muss ich doch hier unten lang, ja? Ja. Ähm, wo denn? Gut. Ach so. Oh. Und springt doch mal. Ah, jetzt hat er gespeichert. Ah, jetzt hat er gespeichert. Aber gut zu wissen. Ähm, naja, ich wollte das sowieso jetzt ausmachen. Aber ich kann ja mal einen Sprung versuchen nochmal. Ich bin jetzt einfach mal gesprungen. Wahrscheinlich zu früh. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie abwarten. Na komm. Okay, nochmal. Ich versuche es noch einmal. Damit ich das für nächstes Mal weiß. Ich probiere es noch einmal. Wenn nicht, probiere ich das nächste Mal einfach mal mehrfach durch. Aber ich bisse es noch nicht. Mal gucken. Durch, durch, durch. Ja. Also so schnell wie möglich. Und dann rüber, wa? Hat ja auch nicht gebracht. Hätte ich auch unten landen können. Ah, meine Jüte. Jetzt gucke ich mal, ob er nochmal gespeichert hat oder nicht. So, jetzt gehe ich nochmal auf den Kontrollpunkt laden. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Sprung nochmal wiederholen muss oder nicht. Oder ob ich wieder bei dem gebrochenen Fuß bin. Super. Dann verabschiede ich mich jetzt mit der Folge. Ich sage euch noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Es hat mir wieder eine sehr große Freude gemacht. Dieses Spiel gefällt mir wirklich. Ähm, es ist besser als das erste Spiel von Wolfenstein. Äh, weil man ja einfach im Team spielt und nicht alleine im Ego-Shooter. Ähm, Ego-Modus. Und ähm, ja. Es gefällt mir. Ich werde das erstmal weiterspielen. Ich weiß nicht, wie viele Parts das werden. Ich habe keine Ahnung. Bis dann. 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 Bis dann.